Ich glaube, sehr wichtig. Wir haben heute Herrn Dr. Jürgen Zahler bei uns. Er ist Kulturphilosoph, war schon mal bei uns. Und wenn wir das Thema sprechen, es scheint ein bisschen weit hergeholt, aber wir sehen, damit die Tiefe steigt, dann wird man sehr plündig gegen Französisch und deutsche Sprache. Die Personen, die auftreten, sind also der Jünger, die Ernst Jünger, allen noch bekannt. Und wenn er nicht bekannt ist, ein gewisser Privat, das war sein Lektor und Übersetzer. Darf man auch sagen, dass er Lektor war? Würde ich so ohnehin das nicht sagen. Ich habe es mal gesagt. Mit Einschränkungen, ja. Mit Einschränkungen, ja. Und die haben also 40 Jahre lang zusammen kooperiert. Nach 40 Jahren brach die Vorredschaft. Und wir wissen bis heute nicht genau, was einem passiert ist. Aber Dr. Jürgen Zahler wird uns sicher einiges erzählen. Erweiten Sie das Amt. Ah, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich über die Einladung. Es ist die zweite bei Ihnen. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an Dr. Flug, der mich hier eingeführt hat. Und der auch ein ganz instruktives, wie soll ich sagen, Einführung geschrieben hat, die an alle gegangen ist. Kann man so machen? Kann man so machen? Ich wollte, bevor ich richtig einsteige, noch mal ganz kurz über allgemeine Dinge zu Jünger sagen. Jünger ist sozusagen gleichbedeutend mit Polarisierung. Er ist erstens 103 Jahre alt geworden, von 1895 bis 1998. Er hat über 80 Jahre Autorschaft, wenn man so will, über 80 Jahre lang geschrieben. Dann muss man die Qualität dessen, was er geschrieben hat, das ist hier jetzt noch mal nicht verücksichtigt. Er hat einen Ruder, der nicht ganz so bedeutend gewesen ist wie er, der Friedrich Georg, aber der auch sehr interessante Sachen geschrieben hat. Unter anderem auch ein Buch, das Jünger selber, also ganz Jünger, sehr geschätzt hat. Das ist die Perfektion der Technik. Beide haben sich mit Technikkritik auseinandergesetzt. Der Jünger hat irgendwann ein paar Jahre vor seinem Tod, seinem ganzen Nachlass, dem Literaturarchiv in Marbach vermacht. Für ein nicht ganz unbedeutendes Geld. Und seitdem kann man dort auch unter anderem, also die Manuskripte sowieso einsehen. Und die es zu den meisten Texten von ihm noch gibt, vor allem auch die Briefe. Und das sind Berge. Das sind wirklich Berge. Und das Neueste, was ich jetzt gehört habe, das ist gar nicht lange her, vielleicht eine Woche. Es gibt an der Berliner Humboldt-Uni, gibt es einen Wissenschaftlerkreis unter der Führung von Detlef Schöttger. Das ist ein Literaturwissenschaftler. Und die arbeiten sozusagen den Jüngerschen Briefwechsel auf. Und da ist eine Zahl sehr interessant. Der Schöttger sagt, es gibt 130.000 Briefe insgesamt. Wow. Goethe kam nur auf 2.400. Ja, und 90.000 sind an Jünger geschrieben und 40.000 von Jünger geschrieben. Und wahrscheinlich ein Bruchteil davon liegt in Marbach. Das meiste liegt irgendwo entweder auf privaten Dachböden oder bei Sammlern oder es wird verhökert in irgendwelchen Auktionshäusern und, und, und. Also, und der Schöttger hat auch gesagt, wenn man das alles erstens hätte und zweitens aufbereiten wollte, müsste man vermutlich 30 Jahre lang mit 10 Leuten am Rechner sitzen und arbeiten. Also es gab eine Kommunikation vor dem Internet. Ja, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, darauf komme ich auch zu sprechen, das sind ja der Hauptpunkt über Jünger sowieso. Ich lasse mich nur ganz kurz noch sagen, vielleicht noch ein paar allgemeine Geschichten zu Jünger, bevor wir dann sozusagen auf den Brief herzukommen, der ja ganz interessant ist. Jünger hat sozusagen in vier politischen Systemen gelebt. Er ist in das Kaiserreich geboren. Er hat die Weimarer Republik erlebt. Er hat das Dritte Reich erlebt. Und schließlich die Bundesrepublik. Zu allen an der recht unterschiedlichen Positionen gezogen. Keine war wirklich demokratisch. Das muss man auch sagen. Aber das gehört vielleicht auch zu den Geistern, die wir gelegentlich auch mal groß nennen, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Mit jungen Jahren, also noch vor dem Abitur, ist Jünger zur Fremdenlegion geflüchtet. Und ist sozusagen nur durch Glück, nämlich durch seinen Vater, da wieder rausgeholt worden. Dann hat er so ganz brav sein Notabitur gemacht und hat sich als Freiwilliger, wie viele Autoren, Künstler und so weiter, damals in den Ersten Weltkrieg gemeldet, ist in diesem Ersten Weltkrieg 14 Mal verrundet worden, hat x Taten begangen, hat dann auch den Pur de Merit bekommen. Eine wichtige Auszeichnung, besonders, eine seltene Auszeichnung, besonders im Militärbereich. Und hat im Anschluss aus seiner Kladde, die er im Weltkrieg I geführt hat, ein Buch gemacht, das nun wirklich jeder kennt, zumindest im Titelnappen, das heißt In Stahlgewitter. Und dieses Buch hat seinen Ruhm begründet. Und es gibt inzwischen zwölf Fassungen davon. Also das ist auch schon ein erster Hinweis darauf, dass der Jünger sozusagen auch so etwas wie ein Überarbeitungsgenie und ein Überarbeitungsmaniac gewesen ist, der also immer gesagt hat, es gibt im Grunde nur Fassungen. An den Urgrund, an das Gold und so weiter, kommen wir nicht ran. Also inwieweit das aber dann auch ein bisschen so etwas wie eine Ausrede ist, das kann man vielleicht, nachdem man einige Texte von ihm kennt, besser beurteilen. Wie gesagt, 1920 erscheint in Stahlgewittern dieses Buch, das natürlich ganz gerne als Kriegsverherrlichung dargestellt wird. Wobei also auch die Franzosen, besonders wo Jünger eine große Rezeption erfahren hat, das Buch sehr geschätzt haben. André Gide hat gesagt, das ist das wichtigste Kriegsbuch, was es überhaupt gibt. Und Jünger hat dann, und im Übrigen jetzt gibt es eine, im Verlag Klett-Kotter, das ist der Jünger Verlag, gibt es eine Ausgabe der Stahlgewitter, wo sämtliche Fassungen ineinander gedruckt sind. Und von Helmut Kiesel herausgegeben, das ist sozusagen einer der ganz großen, neuen und sehr schnellen Jünger-Adepten, wie man sich nur vorstellen kann. Der macht alles, was mit Jünger zusammenhängt. Und man fragt sich auch gelegentlich, ob er es nicht vielleicht ein bisschen verarmlost, aber das darf man nicht. Jünger schreibt dann, noch in der Weimarer Republik, das abenteuerliche Herz 1 und 2, also 29 und 39. Und er schreibt vor allen Dingen 1932 den Arbeiter. Und der Arbeiter ist ein Buch ohne Fußnoten, er ist eine Art Essay, aber dickleibig, 353 Seiten und versucht sozusagen die moderne Gesellschaft irgendwie zu fassen. Jünger war gelegentlich auch in der Sowjetunion, man hat sozusagen den modernen, diesen Technologie-Schub, so etwas hat er gesehen. Und es gibt auch im Arbeiter dann entsprechende Stellen, wo darauf hingewiesen wird, ja, die Menschen im Maschinenzeitalter, sie bestehen zur Hälfte nur noch aus Mensch und zur anderen Hälfte schon aus Maschine. Sie passen sich an die Produktionsvorgänge an. Es gibt keine Unterschiede in den Geschlechtern mehr, in all diesen Geschichten. Das ist Elnia-Metropolis. Ja, ja, klar, ganz richtig. Metropolis ist eine Nummer einfacher, aber sie haben völlig recht, besonders der vollständige Metropolis-Fern. Und im Arbeiter gibt es auch, und das ist vielleicht ganz interessant, ein Kapitel, da geht es um Kunst. Und er sagt da, also die Kunst spielt eigentlich in dieser Arbeiter, in dieser Werkstättenlandschaft hier, das nennt, gar keine Rolle mehr. Es gibt nur noch Plastik am Bauch, aber ansonsten gibt es schon gar keine individuelle Kunst mehr. Und es gibt da auch den Hinweis darauf, dass dieses ganze museale Zeug, was man heute noch so hat, die Erinnerung an die bürgerliche Welt, und dass das im Grunde alles verschwinden muss. Nun hätte man auf die Idee kommen können, dass die Nazis den Arbeiter schätzen würden. Also der Arbeiter wird unglaublich schlecht von der Nazi-Presse besprochen, weil man da vermutet Bolschewismus und diese ganzen Geschichten. Und in dieser Zeit beginnt auch sozusagen, wie soll ich sagen, eine erste Distanzierung Jüngers sozusagen vom Dritten Reich. Nach dem Arbeiter 32 kommt eine Aufsatzsammlung, die nennt sich Blätter und Steine, 34. Da ist drin, über den Schmerz, über die Linie, totale Mobilmachung und diese Geschichten, wo sozusagen schon mal klargestellt wird, dass das Dritte Reich nicht das Entscheidende sein kann. Wo Jüngers sozusagen sagt, auf den Hügeln da oben gibt es irgendwelche Bewegungen, aber wir wissen nicht so genau, was sich da tut und was da überhaupt passiert. Und wie gesagt, fünf Jahre später, 39, erscheinen die Marmorklippen. Das ist ein, was soll man das nennen, das ist eine Allegorie. Eine Allegorie, ja, es ist auf alle Fälle der Versuch, eine zwei Brüder, die sozusagen einen Einklang mit der Natur und mit den Weisheiten, die man aus der Natur ziehen kann, irgendwo in einer idealisierten Landschaft leben, aber bedroht sind von irgendwelchen Leuten, die man durchaus mit den Nazis in Verbindung bringen kann. Da ist von Oberfürstern die Rede. Und Oberfürster wurde ja in der Nazizeit einmal der Göggels und dann auch mal der Hitler genannt, das ist nicht so ganz klar. Und jedenfalls, die Soldaten im Zweiten Weltkrieg sind mit den Marmorklippen im Tornester in den Weltkrieg gezogen. Und keiner hat gemerkt oder gemerken wollen, dass das im Grunde das Antikriegsbuch par excellence war. Einer hat es gemerkt, nämlich Göbbels. Und Göbbels hat erstens mal von dem ersten Buch der Tagebücher, nämlich Gärten und Straßen, verlangt, dass sie nur streicht. Es gibt da den Hinweis auf den 90. Psalm. Und für die Bibelfesten unter ihnen, der 90. Psalm geht darum, dass die selbst ermächtigten Herrscher irgendwann zu Tode kommen. Und das ist natürlich ein ganz klarer Hinweis auf die NS-Funktionäre. Jünger hat das nicht gemacht. Daraufhin ist Gärten und Straßen verboten worden. Daraufhin ist Marmorklippen verboten worden. Daraufhin ist der Nazi-Presse untersagt worden, Jüngers Geburtstag zu erwähnen. Und, und, und. Es gibt dann noch diese Geschichte, dass Jünger im Zweiten Weltkrieg in Paris war. Und, äh, dass sein Sohn, Ernstl, ähm, böse, böse Witze über den, über den Führer gemacht hat. Weshalb er sozusagen nur mit großem Glück strafversetzt wurde in irgendein Strafbataillon in den Süden von den Zahlen. Und dort hat er umgekommen was. Also das hat Jünger sozusagen durch seine, durch seine Kontakte noch hingekriegt. Ähm, ansonsten hat Jünger sozusagen in, 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 in Paris, wohin er, wo er sozusagen keinen Schuss abgegeben hat. Sozusagen er ist sozusagen nach Paris einmarschiert. Ähm, hat dort, äh, in irgendwelchen Hotels gesessen, hat Post von Lanzern durchgesehen und so Geschichten gemacht. Und hatte dort auch Kontakte zu den Leuten um den 20. Jahrhundert. Also zu den Leuten von Stauffenberg. Man weiß ja, man kennt ja die führende Rolle der Offiziere von, von Paris, gerade bei diesem leider, äh, fehlenschare, äh, Attentat, äh, auf, auf, auf Hitler. Also, okay, wir sind, ich bin gleich durch. Nach, nach dem Zweiten Weltkrieg ist erst mal Sensor. Jünger hat Publikationsverbot durch die Alliierten. Ähm, er schreibt aber munter weiter. Jünger hat eigentlich, äh, immer geschrieben. Und, äh, es gibt dann sozusagen in der, in der frühen Bundesrepublik gibt es dann natürlich erst mal eine absolute Welle Anti-Jünger. Also die Grünen vor allen Dingen, aber auch die Studentenbewegungen. Da gibt es also nur, äh, ähm, Abwehr. Es gibt aber zum Gleichen in der DDR ein Mexikan, das den Jünger lobt. Das den Stilisten Jünger lobt. Nicht die Inhalte, aber den Stilisten. Und schließlich gibt es dann, ähm, beim Klett Verlag, äh, äh, der Jünger hat offensichtlich mit dem alten Klett in Stuttgart, waren die zusammen im Krieg oder irgend so, was war da. Der macht zwei Gesamtausgaben. Die erste ist, glaube ich, schon in den 60ern und die zweite kommt dann ab Mitte der 70er Jahre und ist jetzt komplett mit irgendwie 24 Bänden. Beide, ähm, beide Ausgaben, äh, charakterisiert das, weil sie beide unkritisch sind. Also, äh, man weiß nicht, woher die Texte kommen, aus welcher Zeit sie kommen. Zum Beispiel vom Arbeiter wird eine Fassung abgedruckt, die, äh, sehr viel jünger ist als 32, äh, und so weiter. Das ist alles irgendwie unklar. Er scheint aber den Jünger nicht weiter gestört zu haben. Und dann passiert, trotz dieser vielen, vielen Anwürfe, an Jünger, er ist ein Kriegsverherrlicher, er ist ein Edelnazi, der sozusagen dem, die eigentlichen, die originellen Nazis zu, 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 zu banal, zu, zu plebshaft waren und der sich sozusagen an die, an die Nazi-Aristokratie gehalten hat. Das ist so ein Argument auch von Lugansch im Grunde. Es gibt dann zwei berühmte Essays, einen von Alfred Anders, die plötzlich den Jünger etwas anders sehen. Und es gibt vor allen Dingen ein Buch, das eine Rezessionswende einleitet, nämlich die Ästhetik des Schreckens von Karl-Heinz Bohrer. Karl-Heinz Bohrer ist mal als Linker bei der FAZ gewesen, hatte das Fölzern geleitet und ist rausgeflogen, weil er links war. Er ist dann nach England gegangen und hat dort sozusagen sich habilitiert und kam nach Deutschland zurück und ging sofort als Professor an eine Uni, nämlich eine ziemlich gute, nämlich nach Bielefeld. Und hat seitdem geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und diese Ästhetik des Schreckens hat sozusagen etwas bewirkt, nämlich hat er zum ersten Mal den Jünger in Beziehung gesetzt zu anderen Texten der Weltliteratur, besonders den frühen Münchnern. Also abenteuerlich das Herz und diese Geschichte. Und da hat sich irgendwas getan. Und jetzt sind wir auch schon da, wo ich jetzt im Grunde mit dem Thema der Briefe weitermachen könnte. Ich bin irgendwann mal in Marbach gewesen und hab Jünger Briefe gelesen, sehr viele gelesen. Ich hab, glaube ich, mindestens 50 oder 60 Briefwechsel gelesen, wobei man sagen muss, es gibt Briefwechsel, die bestehen aus zwei Briefen hin und her. Aber es gibt eben auch Briefwechsel, die bestehen aus vier oder fünfhundert Briefen, wie eben zum Beispiel Plan. Und da muss man gucken. Und der Jünger, das haben Sie ja eben gesagt, diese Kommunikationsstrategie, die es damals schon ohne Internet und Handy und ohne Smartphone, nein, das gab, bestand eben einfach darin, sich über Briefe, so etwas wie ein Netzwerk zu verschaffen. Und Jünger hat bei jedem Buch, was erschienen ist, hat er allen möglichen Leuten das Buch geschickt mit einem Brief. Das ging zum Beispiel auch an Eimitho von Dodoran, die könnten nicht weiter auseinander sein, als, was weiß ich was. Hat er immer gemacht. Es gibt auch einen Briefwechsel mit Ben. Ich weiß nicht, mit wem er ist. Und wie gesagt, in Marbach habe ich diesen Briefwechsel gelesen mit seinem Übersetzer Henri Plain und fand ihn ungemein spannend, aus mehreren Gründen, weil mir schien, dass der Jünger da sozusagen die Rolle des Arbeitgebers ziemlich ausspielt und zum anderen aber, dass der Briefwechsel unveröffentlicht ist. Ich habe damals noch der Betfair, Jüngers, der Lieselotte, einen Brief geschrieben und habe gefragt, wie wäre es denn, darf ich den Briefwechsel veröffentlichen mit allen Anmerkungen und kritischen Kommentaren und so weiter. und das hat sie abgelehnt, weil sie sagte, es gebe nicht genug Interesse. Ich glaube aber, dass sie es ablehnt wegen des Eklats, der irgendwann mal zwischen dem Jünger und dem Plain stattgefunden hat, sozusagen in den 80er Jahren. Soweit bis dahin. Ich habe, das lasse ich mal weg, also ich habe hier mal eine Liste angefertigt von von Briefempfängern. Da ist Anders dabei, da ist Ben dabei, da ist Max Pense dabei, da ist Johannes Bobrowski dabei, Margret Bovary, Josef Breitbach, Céline, Cocteau, Otto Dix, Drieula Rochelle, dann Heidegger, Hausenstein, Heller, Stefan Hermelin, Hochhut, Giurando, Leoto, Margret, Gerhard Nebel, Carlo Schmitt, Bernhard von Brentano, also das hört nicht auf, die Liste ist unendlich und das ist hier einfach ein kleiner Ausschnitt, dass der Jünger war, ein unermüdlicher Briefschneiber und der Schöttger, der das sozusagen jetzt untersucht und sagt einfach, die Briefe, das sind sozusagen Jüngers drittes Werk, also neben den erzählenden Schriften, die essayistischen Schriften, kommt jetzt also sozusagen noch das dritte, nämlich die Briefe dazu und der sagt ganz klar, zu Anfang hatte er bei den 90.000 Briefen, ein Jünger waren natürlich auch viele Briefe von Soldaten dabei, die den Ersten Weltkrieg erlebt haben und dann reagiert haben auf das Stahlgewitter. Es gab aber eben auch Briefe mit seiner ersten Ehefrau, mit Grätscher zum Beispiel, das sind alleine 2000 Briefe und diese Netzwerke haben auch die Funktion, dass sich die bestimmten Jünger bestimmte Dinge gemerkt hat, die er dann auch in Tagebücher eingebaut hat, wobei man ja wirklich sagen muss, das Tagebuchwerk Jüngers ist aus meiner Sicht jedenfalls bedeutender als seine erzählenden Schriften. Also das Tagebuchwerk und die Essays eigentlich bedeutender als die erzählenden Texte wie zum Beispiel Marmorkilfen oder Eumeswil oder so was. Gut. Soweit erstmal ein kleiner Vorspruch und ich habe den Vortrag habe ich genannt, Ihren Briefen verdanke ich viel. Das ist ein Zitat von Herr Sünger und ich fange da mal an. Im Oktober 2. schreibt im Oktober 52 schreibt Herrn Sünger an Henri Plain Ich gebe Ihnen Claire Pouvain doch die französische Teilausgabe der Strahlungen zu revidieren. Strahlungen so wird das Tagebuchwerk aus dem Zweiten Weltkrieg genannt. die ein Jahr zuvor bei Julliard unter dem Titel Journal 1 41 bis 43 erschienen war. Jünger ist mit der Textbearbeitung durch Bernine der Pariser Freundin wenig zufrieden und setzt man entschlossen auf den Übersetzer aus Brüssel. Er möge wie ein Richterverfahren bei Bedenken Sätze oder Abschnitte ändern vor allem die Streichungen mildern oder vermehren. Hier kommt das was der Lektor was der Flug den Lektor die Lektor Funktion nennt. Das hat dem Jünger tatsächlich zugestanden. Aber ich glaube er hat es auch gut kontrolliert. Zitat Sie wissen ja dass die politische Seite meiner Tagebücher in Frankreich zu starken Kontroversen geführt hat. Also das ist noch freundlich formuliert aber immerhin der Widerhall der freundliche Widerhall aus Frankreich war doch immerhin sehr stark. Henri Plain hat sich während der Arbeit an Heliopolis das ist ein Zukunftsroman aus dem Ende des am Ende des Zweiten Weltkriegs bereits fasziniert zu Jüngers Sprache geäußert. Ich kann das jetzt mal übersetzen Er schreibt nämlich wie also übermitteln in unserer analytischen Sprache die Konzentration und zugleich die Klarheit der Substantiven. Jedes Mal wenn ich Heliopolis wieder zur Hand nehme bewundere ich dass sie die Kraft hatten das alles zusammenzubringen. Das schreibt Plain 1950 Das Übersetzen sei für ihn heißt es 51 eine tiefe Erholung Zitat nicht leicht im Gegenteil aber man stößt dabei immer auf festen Boden es gibt irgendwo im Französischen ein Wort einen Satz Rhythmus die ihrem Text entsprechen man muss raten aber man ist dessen gewiss dass es sich lohnt und so verbinden sich Spiel und Arbeit zu einer Art höherer Leichtigkeit im Schweren. Klar kommt der Bitte Jüngers nach hat aber offensichtlich Anlass dem Kollegen Frederik Turbanicki Zitat Sämtliche Flüche auf den Hals zu hetzen Der Text sei so als hätte ihn Hans 1 Evers als hätte Hans 1 Evers Stendal übersetzt Zitat Vier Tage später am 27. Februar 53 signalisiert Jünger nur Gutes über die Heliopolis Übertragung gehört zu haben Neues Wort Zitat Man sollte überlegen ob sie das Ganze die Strahlungen nicht in eigene Regie nehmen Auf jeden Fall werde ich eine Übersetzung ablehnen wie er sie nicht das Plazid erteilt haben Wie schön wäre es wenn wir noch lange zusammenarbeiten würden Der Wunsch wird sich erfüllen als Jünger 1985 klar versichert Nicht einer sondern der Übersetzer zu sein hatte der rastlose Germanist Literaturwissenschaftler und Ordinarius aus Brüssel inzwischen 23 Bücher übertragen Romane Erzählungen Tagebücher Essays Ein beeindruckendes Pensum das Pla unter den französischen Übersetzern es gibt mehr als 15 immerhin 1930 ist das Betz Henri Thomas Tovanitzki François Ponset Pierre Morel Julien Erle eindeutig dem Löwenanteil an Jüngers Französischen Berg sichert Doch Plaz der es zu den Glücksfällen rechnet wie er nach Höflingen schreibt Zitat ihr Zeitgenosse zu sein und an ihren Streifzügen durch die Welt des Geistes und der Zeit teilnehmen zu dürfen auch als bescheidener Schüler Zitat Ende ist nicht nur ein stiller Arbeiter in Schaltgehäuse der Sprache mit jeder Zeile die er seit 1949 überträgt wächst seine Kenntnis des Werks er erklärt ordnet ein und deutet bald was er überträgt in Vorträgen an Universitäten beiderseits des Rheins und einer Fülle von Essays die zwischen 1954 und 1995 an prominenten Orten wie den Etudes Germaniques und dem Magazin L'Etterea erscheinen darunter auch der Beitrag für das kritische Literaturlexikon Ernst Sinus herausbringt doch während der engen Kooperation mit Plas mit Jünger entstandene so umfangreiche gelesenswerte leider von der Forschung bisher wenig gewürdigte Briefwechsel ist bis zur Stunde lediglich im deutschen Imperaturnarchiv Marbach zugänglich wo man ihn allerdings zu den intensivsten und bedeutendsten rechnet zwei passionierte Briefschreiber in der ungewöhnlichen Konstellation Autor Übersetzer die sich wieder erwarten nicht auf die Erörterung Übersetzungstechnische oder Editorische Probleme beschränkt davon konnten sich bislang die Leser der späten Tagebücher 70 verweht und von Autor und Autorschaft ein wenn auch vages Bild machen mit knapp 50 Notaten und Briefauszügen hat Jünger dem Vielübersetzer aus Brüssel und seinen immer Zitat immer erstaunlich komprimierten und stilistisch ausgezeichneten Briefen ein kleines Denkmal besetzt Zitat Man möchte nicht glauben, dass die Deutsche nicht seine Muttersprache ist schreibt Jünger eine Erfolgsgeschichte über nahezu vier Jahrzehnte die 1988 endet mit einem überraschenden Eklan Jünger hat irgendwann in den Entretienz den er mit dem Julien Arnie geführt hat des französischen Literaturgeschäfts auch darauf hingewiesen dass der klar viel besser Deutsch gesprochen hat viele seiner seiner Landsleute und dass er exzellent in französische Übersetzung auch Karl Schmitt mit dem er übrigens auch einen großen Briefwechsel hat hat diese Übersetzungsarbeit unglaublich gelobt nach noch fünf Jahre zuvor betont Jünger das besondere Glück dass sie mit den Übersetzern zuteil geworden sei Zitat Das Autor und Übersetzer Freundbewerben liegt auf der Hand Ihre Begegnung führt zu einem geistigen Eros und Argum zur Durchdringung der sprachlichen Darbietung Es kann ein neues Werk entstehen an dem beide Partner beteiligt sind daher entdeckt sich der Autor in einer gelungenen Übersetzung in einer neuen Dimension Zitat Ende Jünger nennt bei dieser Gelegenheit Maurice Wetz den Regelübersetzer der 42 Gärten und Straßen für Plans überträgt den Romancier Henri Thomas dessen Marmorklippen übertragen der Baudelaire von Pau gleiche vor allem jedoch Henri Plain den lieben Freund den Professor aus Brüssel den Sedentaire also den Niedergelassenen und Homme du Kabinett Seine Arbeit bleibe ein Opfer abgesehen davon dass sie oft kaum den Pfeifen Tabak einbringen den er dabei verschmacht in frühen Stunden ist er mir ein Trost wenn ein Geist von solcher Belesenheit und solchem Fingerspitzengefühl deinem Geschreibsel so viel Mühe widmet ist vielleicht doch etwas dran das hat er im Postfestung geschrieben Ein Satz der zumal nach der Lektüre der dickleibigen Briefkonvolute in Marbach spitzig machen könnte Autorenpose Understatement Gewiss Der höflich zuvorkommende Briefschreiber ist der Jünger dem Homme du Kabinett gegenüber tritt äußert auch gelegentlich Zweifel am eigenen Text Was der vollendet freundliche Umgang indes nur unzureichend verbirgt ist die Rolle des Arbeitgebers die Jünger ermutigt durch Plas Sympathie für sein Werk für seine Loyalität und extrem hohe Belastbarkeit nur allzu gerne spielt Nicht nur ist Jüngers Anteil an der Korrespondenz quantitativ betrachtet geringer er neigt auch weniger zum farbig konkreten Detail sondern kommt als Anwalt seines Werks in der Regel ziemlich zum Punkt Gleichwohl sucht er die Asibetrie dieses Arbeitsverhältnisses abzumildern wenn er zunächst diplomatisch Bereitschaften sondiert oder behutsam die jeweils aktuelle Lage wie den Status des eigenen Werks allerdings im Blick Wünsche und Ziele äußert dann aber zu gegebener Zeit und stets im freundlichen Konjunktiv daraus Aufgaben für den Arbeitnehmer klar ableitet ein Vorwort eine Laudatio oder ein Einführung Essay der außerhalb der jeweiligen Edition erscheint zum Beispiel habe ich hier angemerkt es gab ein Verriss der Zwille das ist ein spätes Buch von Jünger ein Jugendbuch durch Siegfried Lenz im Spiegel und dann hat der Jünger den Plan gefragt ob er nicht einmal Lenz und Jünger kritisch vergleichen und geradezu erstaunlich ist dass Jünger das von ihm stets beanspruchte Recht sein geistiges Eigentum zu verwalten aus der Hand gibt und dem Brüsseler Mitarbeiter zum Beispiel die Notate Auswahl der französischen Ausgaben der Strahlung von 70 verweht und Autor auf Autorschaft überlässt allerdings suchter Übersetzer Rive Rolls also Jünger übersetzte den französischen Moralisten Rive Roll und Léotos der die Mühe des Übersetzen kennt in Spitzenzeiten auch die Textmassen auf mehreren Schultern zu teilen so schreibt er 83 an Henri Thomas Mein Freund Henri Pla ist mit der umfangreichen Übersetzung meiner Tagebücher für geraume Zeit beschäftigt Er würde wahrscheinlich begrüßen wenn ich es etwas für sie abzweigte Ich denke an eine Erzählung Allardins Problem Die strategische Sorgfalt mit der Jünger die französischen Übersetzungen und wohl nur sie überwacht überrascht nicht Bekannt ist seine Nähe zur Sprache und Kultur des Nachbarlandes wie er schon in den 30er Jahren als zweite geistige Heimat adoptiert Ob die Übersetzungen die dort gewissermaßen Schlag auf Schlag ab 1930 auf den Markt kommen tatsächlich alle von Jünger veranlasst sind ist nicht geklärt 1930 die erste Übertragung der Stahl gewittert durch Fernand Gernier und dazu muss man sagen dass der Gernier ein Soldat war der dafür von Peltin dem damaligen Führer in Frankreich belobigt worden ist also 1930 die erste Übertragung der Stahl gewittert durch Pernier 1932 das Wäldchen 25 1934 der Kampf als inneres Erlebnis unter dem später unterdrückten Titel La Gère Notre Mer also der Krieg unsere Mutter 1942 auf den Marmorklippen Gärten und Straßen und das abenteuerliche Herz zweite Fassung 1944 schleswig-afrikanische Spiele damit und auch mit jüngeren Jahren als deutscher Besatzungsoffizier die seine Kontakte zu Autoren und Publikisten aus der Vorkriegszeit intensivieren und zu langen Freundschaften wie zum Beispiel mit Cheviagrac und Jean Andor führen scheint das Fundament für eine Wirkung gelegt die seitdem zunehmend und jünger schließlich im Literaturbetrieb Frankreichs eine Präsenz sichert da gab ich eine Fußnote diese Präsenz wird klar später bestreiten darauf komme ich aber noch zu sprechen eine Präsenz sichert die unter anderem bewogen haben Marc Olmeswil auch ein utopischer Roman und auch den zweiten Teil von Autoren Autorschaft zunächst in Paris erscheinen zu lassen zweifelsohne also ist jünger in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mieux accueilli en France con la Mende also besser herzlicher Willkommen in Frankreich als in Deutschland wie Julien Hervé Herausgeber der Jeanneau de Guerre in der Pläiade 2008 mit Hinweis auf die generell komplizierte und widersprüchliche jüngere Rezeption in beiden Ländern Autorium man muss da vielleicht dazu einig sagen Julien Hervé ist ein etwas jüngerer Literaturwissenschaftler in Frankreich der sich immer sehr viel jünger eingesetzt hat und der auch tatsächlich dann nach dem Plan sich geweigert hat den Arbeiter zu übersetzen den Arbeiter überträgt und Hervé hat drittens in der in dieser berühmten Ausgabe der Pläiade das ist sozusagen die edel 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 Ausgabe der französischen klassischen Autoren bei Gallimard zwei Bände mit den Kriegstagebüchern von Jünger tatsächlich untergebracht und in dieser Pläiade ist glaube ich Kafka drin ist Goethe drin und vielleicht noch krass mehr von deutschen Autoren nicht das zeigt eben sozusagen auch den Stellenwert den der Jünger in Frankreich einfach hatte gut der Arbeiter sagt dann während des zweiten Weltkriegs ist der Jünger wie der Typ des guten Deutschen betrachtet worden und er war ja wirklich ein frankophiler Deutscher der eine exzeptionelle Kenntnis der literatur der französischen literatur hatte es gibt wenig franzosen die wie er die Memoires von Saint-Simon tatsächlich gelesen haben unglücklicherweise gibt es heute eine Kritik in Frankreich die der deutschen Kritik nachtut man findet tatsächlich in Frankreich seit einiger Zeit eine starke antijüngerische Argumentation die man so wie man sie auch in Deutschland gehört hat und dieser Prozess ist geführt vor allen Dingen von deutschen Marxisten das ist natürlich grobster Unfug denn also die Kritik an Jünger ist in Deutschland weiß Gott nicht nur von Marxisten geführt worden sondern durchaus von sehr veritablen literaturistischer und da komme ich gleich dazu allerdings haben in Deutschland auch nicht Marxisten wie zuletzt der Handgeübersetzer Georges Arthur Goldschmidt Jüngers Wirkung in Frankreich mit den glättenden Übersetzungen erklären wollen die Zitat nichts von der Mischung aus Brutalität und verlobner Betulichkeit der Sprache Jüngers sehen lassen würden Neues Zitat weil hier der Sprachfilter eben nichts vom geharnischten Pitch des Stils dieses Schreibers durchlässt also das ist schon das ist schon ziemlich hart und der Goldschmidt der in Deutschland ist französischer Jude der in Deutschland versteckt worden ist während des Dritten Reichs und glaube ich weiß wovon er spricht er spricht auch von dieser Pläiadeausgabe von dieser Pläiade wo die Jean-Haut-Ger die Kriegstagebücher erscheinen dieser Pläiadeausgabe haftet einen Gran Petainismus also Petain ist dieser faschistische französische Führer während der deutschen Opposition und sie sei wenn er unbewusst eine regelrechte Rehabilitierung der deutschen Okkupation Frankreichs eine deutlichere Eloge der Kollaboration sei kaum vorstellbar Georges Arthur Goldschmidt sagt das in alte Liebe Ernst Jünger kommt verpackt in die edle Pläiade nach Paris zurück also das diese Stimmen hat es auch gegeben und der Goldschmidt stand wirklich nicht unterdacht ein Linker oder ein Marxist gewesen zu sein aufschlussreich dass der professionelle Übersetzer klar diesen Punkt in seiner späteren sumarischen Kritik an Jünger nicht aufnimmt auch in seinen Briefen widerspricht er nicht oder nur kaum Jünger der die Risiken möglicher Bedeutungsverschiebungen beziehungsweise Verfälschungen durchaus anspricht wenn auch unter komplett anderen Vorzeichen so folgt zum Beispiel ein häufig geäußerten europakischer Arbeit wie sie haben sich ja nicht nur an mein Stil und dessen Publietten gewöhnt sondern sie stellen für mich auch einen der Geister dar an denen die deutsch-französische Verständigung bereits optimal gelungen ist ein Bild so folgt ein Lobplascher Arbeit ein Bild das das eigentliche Problem ausblendet Jünger Zitat so weiß ich dass ich unter ihrer Führung beim Übergang von der einen Sprache in die andere den geringsten Zoll zahle wozu relativierend gemerkt Zitat dass ich vom Phänomen Jünger verzaubert bin wissen sie längst aber ob ich sie wirklich so gut verstehe wie sie anzunehmen scheinen das steht dahin das Vieldeutige muss vieldeutig sein und mit uns gutwilligen aber nicht immer einsichtigen Auslegern ist es gewandt wie mit den blinden Bettlern in der bekannten englischen Farbe sagt er 58 doch Jünger der seine Texte Zitat nur in ihren Übersetzungen Zitat Ende wieder liest mit Genuss als ob die Sätze in einem neuen Gewand an mir vorbeizögen bleibt von der Strahlkraft Strahlkraft des Französischen überzeugt in dem ihm seine Posa meist überzeugender vorkomme dafür allerdings und das ist die Stelle wie sie meinen an Ambivalenz verliere ich erkläre mir sagt er dass durch den rationaleren Charakter der französischen Sprache die Prosa wird gewissermaßen eingeleisig eingeleisig gemacht sie gewinnt durch das herauspräparieren rationaler Elemente an Klarheit die umgekehrte Wirkung schreibt Jünger merke ich bei meiner Überprache und dazu gibt es natürlich auch den Hinweis auf Goethes Lob der Faustübertragung durch Gérard de Nerval die wirke frisch neu und geistreich und er wolle sie nicht mehr eigentlich in Deutsch lesen das hat der Goethe damals seinem berühmten Eckermann erzählt Ok Daher verwundert Jüngers Überzeugung kaum dass eine Übersetzung des Arbeiters die Grundgedanken vereinfachen werde Zitat das verstärkt einerseits deren Logik verleiht ihnen andererseits einen aggressiven Änderung 78 Noch in den 50er Jahren hatte Klar anlässlich einer von ihnen betreuten Bissertation zur Überwindung des Nihilismus und ihrem Nachkriegswerk bedauert den Arbeiter mangels auffindbaren Exemplar nicht gelesen zu haben Zitat So ist mir ihr altes Testament zu den Jünger den Arbeiter bisher unbekannt geblieben was mir leid tat denn sonst hatte ich alles von ihm gelesen und wusste dass ihm Arbeiter der Schlüssel zu manchen liege 53 15 Jahre später wieder ist die Arbeit einer Plachschülerin anders beklagt Jünger die Aufmerksamkeit gelte Zitat nur jenen Teil meiner politischen Äußerungen die mit der politischen Realität der 20er und 30er Jahre in Beziehung zu bringen sind Das geschieht Postfestungen unter Aussprache oder völligen Missverständnis des Arbeites Dass ich mich nicht für Hitler zu entschuldigen habe kam dabei noch kein in den Sinn Ich ein sehr interessanter Satz In den folgenden Jahren drängt offenbar Christian Bourgoire einer der maßgeblichen Verleger Jüngers in Paris auch die Übersetzung des Textes von 32 Was Jünger lange zu verhindern sucht mit entscheidigen Argumenten dass er beispielsweise sagt dass Travay im Französischen sich nicht mit der Arbeit zusammenbringen lasse sondern mit Torture und so ähnliche Geschichten Das ist ein bisschen weiter berührt Grob gesagt sagt Jünger bringt mir das eine Politisierung auf den Hals ich habe den Text nie wieder geprüft möglich ist dass Zeitkritik besonders hinsichtlich des Bürgers eingeflossen ist sie hat mit der Sache wenig zu tun heute fehlt mir die Zeit zur Revision und zu Abstrichen schreibt er im September 78 sich ein Plan und neues Zitat auf welches Wagnis ich mich in der Konzeption eingelassen hatte konnte ich damals nicht voraussehen die antimarxistische Auslegung muss ich ablehnen Marx passt in das System des Arbeiters doch füllt er es nicht aus die Gestalt repräsentiert den Weltgeist für eine bestimmte Epoche und zwar herrschend unter anderem auch hinsichtlich der Ökonomie das Grundproblem ist die Macht die bestimmt das Detail das bestätigt sich bereits heute überall wo Arbeiterparteien regieren von China über Russland bis zu den Ostdeutschen haben Machtfragen im Vorrang vor den ökonomischen hinter der Repräsentation des Weltgeistes steht die Materie nicht die Idee das ist sozusagen jetzt gegen Hegel gesagt die Theorie bestimmt nicht wie Hegel oft und entschieden betont die Wirklichkeit sondern die Wirklichkeit gebiert Ideen und ändert sich aus sich selbst sogar die technische Erfindung folgt ihrem Zwang sie ist letztlich weder erdacht noch zufällig der Arbeiter ist ein Titan und damit Sohn der Erde erfolgt wie Nietzsche es ausdrückt dem Sinn der Erde und zwar auch dort wo er sie zu zerstören scheint Zitat Ende Es ist anzunehmen dass Jünger sich eine Übertragung durch Pla erhoffte der indes überraschenderweise ablehnen und auch bei dieser Entscheidung bleiben wird Er sei kein philosophischer Kopf und könnte es wohl erst nach der Bearbeitung der Strahlungen für Bourgoire tun also 82 Dieser Dissens ist nicht der einzige zwischen den Briefpartnern Pla der mit Sympathie Bekundungen Jünger gegenüber nie spart Sie sind ja von erstaunlicher und bewundernswerter geistiger Elastizität für die ich eine Parallele bei Goethe suchen möchte ergab seine wohl schönsten Werke im Alter Pla kritisiert zum Beispiel früh Jungers Penchant also Jungers Neigung zu Léon Blois der ihn enttäuscht habe Zitat Das schmutzige Fäkale oder Erotische seiner Fantasie Er muss immer an die Strumpfbände der Nonnen denken Auch er möchte wie überhaupt jeder Mensch aus der Religion eine Magie machen Ein Mittel Gott zu zwingen ihn in seine Gewalt zu bekommen statt sich in seine Gewalt zu begeben Zitat Ende Den Kalvinisten aus der Normandie irritiert die Abkehr vom Christentum wie sie immer aus seiner Sicht in der Zeitmauer Das ist ein Text und den Plan nicht übersetzt und in der Welt Staat auch ein Text vollzieht Nochmal Plan Und wenn sich Gott wirklich zurückzöge würde die ganze Welt in Nu zusammenbrechen die ja bloß als beständige Schöpfung Gottes weiter besteht Sie denken kosmozentrisch Ich theozentrisch Jünger spielten Léon Blanc Léon Blanc Dieux Retire also Gott zieht sich zurück gegen Nietzsches Gott ist tot aus Zitat Dass der Vater sich entfernt bestätigt leider ein Blick in die Runde wenn wohin er auch falle auf die Theologie Jurisprudenz den Staat die Familie Die Erde triumphiert zieht Götter und Götter Geschlechter ein ihre titanischen Söhne und auch ihre Unheute werden stark Dass etwa der Mörder mehr gilt als der Soldat und eine große Literatur findet beruht darauf dass er ein unmittelbarer Sohn der Erde ist Die Erde will Geist werden Das ist der eigentliche den Technikern mit den Gelehrten verborgenen Sinn der Naturwissenschaft die Befreiung elektrischer Kräfte der Atomphysik Dass ich an den Tod nicht glaube wissen sie als einer meiner alten Leser Daher hat das Wort Gottes Tod für mich keine Realität Aber seine Entfernung wird ununterbrochen zunehmen Auch die deutsche Okkupation wird Thema des Briefwechsels So notiert klar seine Erinnerung an das Jahr 1942 als er mit einem gelben Stern im Quartier Latin gegen die deutschen Besatzer protestiert hatte Quartier Latin ist ein Viertel in Paris Er 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 war daraufhin von der Gestapo als Judenfreund für drei Monate im Lager Dorsi wo er die Deportation von 1000 Juden einsehen musste Von Mitte Juli 1942 sollten es jede Woche dreimal 1000 sein unter Umständen an die Ich auch nach so vielen Jahren nicht ohne Gram denken kann wo er interniert und von einem untergebenen Eichmann zu Eichmann geäußert haben soll interniert und von einem untergebenen Eichmanns angepöbelt worden war Jünger antwortet bereits 1943 seine Ansicht zu Eichmann geäußert zu haben im Umkreis der Avonis Kleber da steht das Hotel in dem er gewohnt hat besprach ich diese Dinge mittags mit Heinrich von Stülpnagel das war ein deutscher Gauleiter in Paris nachmittags mit Madame Cohen Gardot und abends mit Bani 1965 kommt Platt auf seine Internierung zurück nur der Protest katholischer Bischöfe habe seine Deportierung in Auschwitz verhindert in Belgien jedoch seien Didier und viele andere Collabos zum Tode vor Ort sein Collabos nach Kürzung für Kollaboratoren also Leute die den Nazis geholfen haben im Grunde französisch eine Doppelbedeutung in Kollaborer heißt einfach erst mal nur Mitarbeit aber unter den Nazis wurde daraus wirklich schon fort Jünger zeigt sich erstaunt ihre Härte gegenüber dem Collabosen resümiert sowohl der Widerstand wie die Zusammenarbeit hat Licht und Schattenseiten die Geschichte der Résistance schließt große Amordungen ein sch 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 Vielen Dank.